So schaltet ihr Ranked in Overwatch 2 frei. Spieler von Overwatch erhalten sofort Zugriff auf den Ranglistenmodus. Einzige Voraussetzung ist, dass ihr diesen schon in Overwatch freigeschalten habt und euer Fortschritt auf Overwatch 2 übertragen wurden. Neue Spieler müssen zunächst 50 Spiele im ungewerteten Modus gewinnen. Im Gegensatz zum Freischalten anderer Spielmodi gehen Spiele gegen die KI nicht in diese Zählung ein. Laut Blizzard wird während eurer Zeit im ungewerteten Modus bereits euer Spielniveau analysiert, um einen guten Einstieg in die Rangliste zu ermöglichen. Wie funktioniert die Rangliste in Overwatch 2? Im Gegensatz zum Skill-Ranking aus dem ersten Teil von Overwatch, setzt Overwatch 2 auf die Visionen der jeweiligen Rangs. Jede Ranglistenstufe wird in 5 Divisionen unterteilt. Um aufzusteigen, setzt das Ranglistensystem auf ein simples Prinzip. 7 Siege bedeuten einen Aufstieg, 20 Niederlagen einen Abstieg um eine Division. Ihr könnt nach jeweils 7 oder 20 Matches euren Fortschritt einsehen. Die Divisionen sind wie gefolgt unterteilt. Bronze, Silber, Gold, Platin, Diamant, Master, Grandmaster. Nach Grandmaster erwartet euch noch eine Bestenliste. Die Top 500. Die Top 500 bleibt unverändert zu Overwatch. Das bedeutet, dass euer Rang in der Top 500 nach jedem Ranglistenspiel aktualisiert wird. Die Top 500 wird zwei Wochen nach Seasonstart freigeschalten und für euch verfügbar, wenn ihr 25 Ranglistenspiele in jeder Rolle bzw. 50 Ranglistenspiele in der freien Rollenwahl absolviert habt. Am Ende einer Saison erhaltet ihr je nach Rang, Ranglistenpunkte. Diese Punkte könnt ihr nutzen, um goldene Waffen freizuschalten. Die Menge der Punkte und sonstige Belohnungen richten sich nach den Ranglisten Herausforderungen. Dank den neuen Statistiken in Overwatch 2, könnt ihr nun auch eure Leistung in Ranglistenspielen besser nachvollziehen. Im Ranglistenfortschritt und eurem Karriereprofil könnt ihr euch einen Überblick über eure Leistung in einzelnen Spielen einsehen. Das soll euch helfen, eure Leistung noch weiter zu verbessern. In der Übersicht könnt ihr neben Statistiken zum Match auch heldenspezifische Statistiken aufrufen. Ihr könnt euch sogar eine Wiederholung ansehen, um beispielsweise Teamfights und eigene Tode zu analysieren. Denkt daran, immer im Team zu arbeiten. Vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Lasst gerne ein Abo und Like da. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.